Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu den Brettspiel-News hier auf Hunter & Krohn. Auch heute gibt es ein paar Neuigkeiten zur BerlinCon, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, das kommt im hinteren Teil der News, damit die Leute, die nicht kommen können, jetzt nicht wieder versuchen müssen, irgendwie rumzuscrollen. Deswegen geht es jetzt erstmal los mit den allgemeinen News. In Österreich ist der österreichische Spielepreis, Spiel der Spiele der Wiener Spieleakademie, vergeben worden. Das österreichische Bedant zu Spiel des Jahres und gewonnen hat, leicht überraschend würde ich sagen, Kerala vom Kosmos Verlag. Ein recht klassisches Lige-Familien-Spiel. Klar, das Spiel der Spiele ist auch ein Familienspielpreis. Kerala, wir haben es auch schon gespielt, werden es auch dann demnächst rezensieren. Wirklich ein sehr einfaches Spiel, sehr, sehr einsteigerfreundlich. Jetzt würde ich einfach fast sagen, unter dem Niveau der Spiele, die jetzt für Spiel des Jahres nominiert sind. Bei den Kinderspielen hat es Burg Flatterstein gemacht, auch ein sehr schönes Spiel von drei Magier-Spielen. Auch dazu wird es bald eine Rezension von uns geben, das hat Kron schon gedreht, also wird nicht mehr lang dauern, bis das auf den Kanal kommt. Aus der nächsten Kategorie werde ich irgendwie nicht so ganz schlau, sie heißt nämlich Spiele-Hit mit Freunden. Und ja, also es geht so ein bisschen in die Kennerspiel-Kategorie, aber Codenames ist da auch irgendwie mit drin nominiert. Gewonnen hat es Isle of Sky, also eher so ein Kennerspiel. Ja, aber was heißt Spiele-Hit mit Freunden? Die Beschreibung finde ich ist auch ein bisschen komisch. Da heißt es, der Spiele-Hit mit Freunden präsentiert Spiele für Jugendliche und Erwachsene, alle Spielen gleichberechtigt und haben die gleichen Chancen zu gewinnen und sind mindestens zwölf Jahre alt. Ja, das ist die Definition für Spiele-Hit mit Freunden. Ich würde sagen, wahrscheinlich so ein bisschen Kenner-Spielleid, ja weil eben auch Codenames nominiert wurde, also ein bisschen unterhalb des Kennerspiels anzusiedeln. Auf jeden Fall, Isle of Sky hat es da gemacht. Und dann gibt es noch einen richtigen Experten-Spiel-Preis, Spiele-Hit für Experten, da hat Mombasa gewonnen. Ja, kann man natürlich klar unterschreiben. Und dann gibt es auch noch einen Rollenspiel-Preis, wo es allerdings keinen richtigen Sieger gibt, nur zwei ausgezeichnete. Die Griffin Scroll, da hat Epic PvP und Nebelüberwalskir hat da eine Empfehlung quasi bekommen von der österreichischen Spieleakademie. Ja, herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Ne, Mistfall, also Nebelüberwalskir haben wir ja schon gemacht. Epic PvP, ganz neu erschienen beim Pegasus Verlag, werden wir uns sicher auch demnächst anschauen. Schon länger ist ja bekannt, dass es dieses Jahr auf der Spiel ein Paketservice geben soll. Und jetzt auf der Facebook-Seite wurde da der Startschuss gegeben, beziehungsweise offiziell bestätigt. Es wird ein Paketversandservice geben, damit man seine riesigen Spieleberge nicht mehr selber nach Hause schleppen muss. Vor allem die Leute, die natürlich im Flugzeug da ankommen von weit her, für die ist das eine sehr gute Nachricht. Könnt ihr euch auf dem Link hier angucken, wie viel da, wie viel Kilo Spiele dann kosten. Der Kosmos Verlag hat inzwischen schon seine gesamten Herbstneuheiten bekannt gegeben. Ich hatte ja auch schon drüber gesprochen über Andor Teil 3. Ich sage es jetzt auch nur schon mal, nochmal, Michael Menzel wird auf der Berlin Con sein. Und im Livestream, also auch dann später auf YouTube, wird er auf jeden Fall über Andor 3 da auch was zu erzählen. Also selbst wenn ihr noch nicht da seid, es kommt dann auf jeden Fall brandheise Neuigkeiten zu Andor 3, kurz nach der Berlin Con. Exit-Spiele von Markus und Inka Brandt hatte ich ja auch schon erwähnt. Es kommt noch ein weiteres Spiel von ihnen, ein Party-Wort-Spiel, Word, Slam. Geht so ein bisschen in die Codenames-Richtung, auch zwei Teams müssen allerdings den gleichen Begriff erraten. Und es gibt dann Hinweise und da muss man halt gucken, was die anderen für Hinweise geben und da versuchen irgendwie mitzuraten. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an und mal gucken, wie es im Gegensatz zu Codenames abschneidet. Dann wird es zum Lutherjahr ein Luther-Spiel geben von Erika und Martin Schlegel. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Es gibt noch nicht viele Neuigkeiten dazu, bis auf die Packung. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie historisch das Spiel sein wird. Ich hoffe natürlich sehr historisch, sowas gefällt mir immer bei Brettspielen. Ja, und das Thema finde ich persönlich sogar auch interessant. Ja, war eine spannende historische Epoche. Und dann kommt noch ein Kartenspiel von Michael Rienek mit List und Tücke, wo man so mit Charakterkarten versucht, sich gegenseitig zu meucheln. Und zuletzt gibt es noch eine Erweiterung für Targi. Lang hat es gedauert, aber jetzt ist sie da. Und ja, für alle, die noch Targi spielen, natürlich eine gute Nachricht. Und dann wurde ich schon gerügt, dass ich letzte Woche vergessen hatte zu erwähnen, dass Days of Wonder eine Standalone-Erweiterung mal wieder für Zug um Zug angekündigt hat. Zug um Zug Weltreise mit zwei Spielplänen. Der eine zeigt die großen Seen in Nordamerika und der andere die ganze Welt. Und logischerweise gibt es dann auch Schiffsrouten und etliches andere mehr. Es gibt auch eine komplette Webseite, auch deutschsprachig. Zu dem Spiel habe ich euch natürlich verlinkt. Und nach den Atlantern hat Portal Games jetzt mit den Azteken ein weiteres Volk für Imperial Settlers angekündigt. Kommt jetzt dann quasi auf Englisch raus, vermutlich Gen Con. Wie schnell ist Pegasus dann auf Deutsch schafft, muss man natürlich abwarten. Aber die Atlantaner haben sie ja auch gebracht. Also früher oder später werden wir, denke ich, auch die Azteken dann auf Deutsch sehen. Zur Berlin Con ist zu sagen, dass unser Berlin Con Panel, unsere Vortragsreihe, jetzt steht auf der Homepage. Könnt ihr euch die vier Speaker angucken, die ich gewinnen konnte. Es findet an beiden Tagen jetzt statt, sowohl am Samstag als auch am Sonntag, gibt es jeweils ungefähr eine Stunde, zwei Vorträge ab 30 Minuten. Grob natürlich zum Thema Brettspiele. Wir haben tolle Leute da, die euch interessante Sachen erzählen können. Jeffrey Ellers ist da ein amerikanischer Spieleautor, der aber in Berlin wohnt, hat sowas gemacht wie Citrus. Clemens Franz, ein sehr bekannter Illustrator, hat unter anderem unser Logo und das Berlin Con Logo gemacht. Aber natürlich auch so Sachen wie Agricola, Orleo und wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr. Wird über das Thema sprechen, ja, illustrieren von Brettspielen. Jeffrey Ellers und Clemens Franz werden am Samstag sprechen. Und am Sonntag haben wir dann Markus und Inka Brandt zusammen mit Ralf Querfurt, dem Redakteur ihrer Exit Spiele. Und sie sprechen natürlich über das Thema Exit Spiele. Und danach sehr interessant für alle angehenden Spieleautoren oder die, die sich damit beschäftigen, das vielleicht werden zu wollen. Denn Sophia Wagner, die Nachwuchsspieleautorin, die letztes Jahr das Stipendium von Spiel des Jahres gewonnen hat und die nächstes Jahr in dem neuen Spielwiesen Verlag ihr erstes großes Spiel rausbringen wird, wird über dieses Thema sprechen. Ja, wie ist es eigentlich, wenn man nach dem Studium sagt, ich werde jetzt Brettspielautorin in dem Fall. Und die wird einfach ein bisschen darüber reden, wie es ihr dabei ergangen ist bislang und ja, was so die Höhlen und Tiefen waren. Das BerlinCon Panel wird in einem kleinen separaten Raum stattfinden, in unserem Streamingraum. Da sind vielleicht dann so ungefähr 20 Sitzplätze. Man kann da jetzt nicht irgendwie vorreservieren, kostet auch nichts extra. Wie gesagt, schon um 11 Uhr geht es los, samstags und sonntags. Aber wenn ihr jetzt nicht dort seid oder es lieber die Zeit nutzen wollt, um auf der Convention jetzt zu spielen, müsst ihr auch nicht traurig sein. Erstens werden wir es live streamen auf unserem Twitch-Kanal und natürlich werden wir es auch aufzeichnen und die Vorträge kommen dann auch auf unserem YouTube-Kanal. Und dann ein wichtiger Aufruf für alle, die sich interessieren, so ein Berlin-Brettspiel-Con-T-Shirt zu erwerben. Das ist jetzt das vom letzten Jahr, die neuen sind noch nicht gedruckt, ist natürlich dann das neue Logo und das T-Shirt wird dunkelblau werden. Das Logo ist ja so hellblau, also das ist zumindest der Plan. Das Ding ist, wir haben es diesmal ja nicht als Belohnung in unserer Kickstarter-Kampagne gehabt, weil es ein bisschen aufwendig war, diese vielen verschiedenen Größen und so weiter dann zu bestellen. Wir bieten aber jetzt dieses Jahr an, ihr könnt es, wenn ihr auf jeden Fall eins haben wollt, bei uns vorbestellen. Allerdings nicht mehr sehr lange, bis nächste Woche, Mittwoch, bräuchte ich über unser Kontaktformular eine Bestellung und natürlich mit eurer Größe. Es gibt Herren- und Damen-T-Shirts und dann würden wir einfach für euch eins mitmachen, ansonsten wird es nur das Team bekommen. Aber ja, ihr könnt uns einfach über das Kontaktformular quasi extra eins bestellen. Es kostet dann 20 Euro dort, wenn ihr es vor Ort abholt. Verschicken werden wir es leider nicht. Aber ja, wer es unbedingt gerne haben möchte als Erinnerung, ihr könnt es euch auf jeden Fall vorbestellen. Ansonsten wird es nur ganz kleine Restbestände geben. Wir machen so ein paar mehr. Also ja, wenn ihr euch bis dahin nicht entscheiden könnt, müsst ihr einfach Glück haben, dass eure Größe dann einfach noch da sein wird. Zuletzt will ich noch kurz über weitere Spiele sprechen, die ihr auf der Berlin Con spielen könnt. Und zwar wird die Morning Family da sein und drei wirklich ganz spannende Titel dabei haben. Zum einen werden sie Hope dabei haben, ihr aktuelles Kickstarter-Projekt. Das wird man Probe spielen können. Und Gobbit, das ist ein kleines, schnelles Kartenspiel. So ein bisschen wie Jungle Speed Safari. Aber wir haben es auch in Nürnberg gespielt. Es hat auf jeden Fall seinen eigenen Reiz. Und natürlich den großen Hammer von Stonemaier Games, Scythe. Ein Exemplar wahrscheinlich nur. Es wird nur ein Tisch sein, aber ja, es wird da sein. Und dann noch ein ganz kleiner Verlag, 2MT Games. Die haben ihr Ninja Arena Spiel im Gepäck. Ein sehr interessantes Spiel mit tollem Holz und so Metallmaterial. Also es sind so richtige Holzklötze und so Zinnfiguren als Spielfiguren. Es ist ein Ninja-Duell-Spiel. Ich habe es selber noch nicht gespielt, aber ich finde es sieht wirklich sehr, sehr spannend aus. Die werden auch da sein. Und natürlich könnt ihr dann auch Ninja Arena Probe spielen. Ja, das war die Brettspiel-News für heute. Turnieranmeldungen sind nach wie vor möglich. Und noch sind auch überall Plätze frei. Wobei langsam füllt sich es. Also ja, wenn ihr noch euch einen Turnierplatz sichern wollt, dann tut das über unsere Homepage. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis nächste Woche. Und da gibt es sicher wieder weitere Neuigkeiten zur BerlinCon und auch sonst natürlich. Und ja, danke fürs Abonnieren. Bis dahin. Ciao.